Musik 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 Zack Punkte Noch mehr Punkte Zack Weiter geht's Ich muss schon sagen, äh Wie viele Leute sind wir eigentlich? Acht gegen sieben Das ist schon echt ganz witzig Auf so einer großen Map Also Ist jetzt nicht so die Super Action, aber Ist auf jeden Fall Ganz gut Für die, ähm Für die Figur und Es ist nicht so klar abzusehen, wer zum Schluss gewinnen kann, wird Weil, äh, das kann halt Jederzeit wieder anders aussehen Hier wechselt sich Die Führung ab und zu mal ab Ab und zu mal wechselt sich Die Führung mal ab War nicht da unten War nicht da unten Der Mr. Bombastic Der ist jetzt allerdings schon ein Stückchen höher Schade drum Sehr schade drum Weil Hier 91, 94 Recht knapp Aber er wurde gemessert, das ist gut Und dann würde ich sagen Versuchen wir's nochmal Mit unserem wunderbaren Jet Mit unserem wunderbaren Jet Vielleicht wird's ja diesmal was Vielleicht bleibe ich ja diesmal ein bisschen länger drin Oder wir schaffen nochmal dieses Kunststück Dass wir in der Luft stehen bleiben Kann ja auch nicht jeder Oh Oh, da ist der Hedy Ah Ah So mal eben Gestriffen Hat nur leider nicht viel gebracht Und da hat er mich auf dem Radar Und ich bin mal raus Gute Entscheidung möchte ich meinen Oh War verdammt knapp Komme ich da vielleicht so Es ist ja eigentlich nur für Nein Der steht so schön in der Luft Und ich schieße vorbei Sag mal Was hat die gerade auf mich geschossen Uah Der tankt da vorne Blind wie Ah Verdammt Schneller ausweichen Ja Hier ärgert man sich auch jedes Mal wenn man stirbt Weil es nämlich wirklich Genau Der eine Tod sein kann Der das Spiel entscheidet Oh So Jungs Wir müssen mal wieder ein bisschen was einnehmen Sehr gut B Oh Ein Schnieper Lowelf Hopp Oh Ich höre einen Schniper schneiden Wie scheint Sag mal das ist dein Mann Mein Freund Musst ihn nicht beschießen Pionier Javelin Jawoll Da habe ich so lange drauf gewartet Javelin Klingt wie ein äh Frauenname Ich bin Javelin So Dann mal wieder zu A Nicht so viel Späß hier Es ist Krieg Hier wird nicht gelacht Vielleicht kriegen wir es ja sogar mal hin Den Wieso schleicht der Mann hier eigentlich so Super Action Man weiß es nicht was er da tut Er weiß es wahrscheinlich auch nicht Aber muss ja auch nicht immer wissend durch die Welt rennen Hopp Oh Habe ich da nicht gerade Oh Ich sollte mal langsam was gegen den Heli nehmen hier Soweit Nicht getroffen Ist auch echt schwierig hier mit diesen Dingern Das ist echt Ein Katz und Maus Spiel Ja Es ist echt unmöglich mit diesem Also unmöglich ist es nicht Aber es ist echt Schwierig mit diesem Ding zu treffen Vor allem so sinnlos was ich hier eigentlich mache Oh nein 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 Oh Wo ist er? Okay Ich bin mal weg Jungs Viel Spaß noch Oh Ähm Fahr Oh So äh Hm Ja Moment Komm schon Verdammt hier ist ein Felsen Ne da war kein Felsen Okay dann fahren wir doch die äh klassische Straße Nein doch nicht Oh So Der Wahnsinn Der Junge kann fahren sag ich euch Also mit dem Jungen meine ich mich Oh Ja das war auch wieder sehr super Sehr schön gemacht Oh Der Heli scheint ein bisschen Angepisst zu sein Von mir Wie es scheint Der ist definitiv hinter mir her Ja Gut dass hier ein Medikit liegt Mensch Ja Dankeschön Da ist er abgeschmiert Hat er sich zu sehr auf mich konzentriert Und da ist er runtergefallen wie ein Schadein Okay wer schießt da? Ich seh nicht Okay Nehmts doch ruhig ein ist mir egal Ich sterbe nicht Zumindest Zumindest ich jetzt Oha Ich bin ganz schön low Wo könnte man denn jetzt noch hin? Aber mittlerweile haben wir echt einen ganz guten Vorsprung Immerhin 31 Stimmt So ich wett mal wieder ab zu A Ne? Da kommt auch schon ein Tank Tank Frank the Tank Kommt da So hier ganz Unauffällig Hopp Keiner da Das ist gut Pflanzen wir uns mal eben hier in die Äh Auf den Asphalt Ja aber ne So viel so mit Ballerei ist hier heute nicht so viel ne Aber auch mal wieder was anderes Ich muss ja auch ein bisschen für Abwechslung sorgen Nicht wahr? Und äh Ich sorge jetzt heute einfach mal dadurch äh Für Abwechslung Dass Heute nicht so viel geschossen wird Ne? Heute ist es ein bisschen Heute spielen wir ein bisschen Frieden Ein bisschen Frieden Ein bisschen Freude? Ich glaube Freude oder? Ja all die guten Sachen die man eben so nennt ne? Wenn man gut drauf ist Friede, Freude, Eierkuchen Guten Tag So mal Wir markieren Was ist denn da los? Läuft nicht oder was? So bald wieder ein paar Pünktchen Das ist doch mal ein Traum Ops Muss ich mir kurz am Kinn kratzen Weil da hat's gejuckt Und schon lauf ich gegen Verdammt Das kann doch nicht sein Bleib stehen Nein Stirb Sag mal Wie sehr soll ich den denn noch treffen? Gibt's ja wohl nicht Drecksau Ah da kommt schon mein nächster Und der wird ihnen garantiert Garantiert wird er ihnen Schnitzeln Oder auch Staken Man weiß es nicht Oh da wird eingenommen Schnellhinder Ohne Rücksicht auf Fallschaden Die Punkte müssen her Oh da wird gar nicht mehr eingenommen Sag mal Toll Jetzt haben wir uns gegenseitig getötet Auch sehr schön Da muss aber noch irgendwo jemand sein Denn die Flag geht schon wieder nach oben Das kann nicht sein Die Ami Flag Ich als Russe ja Dimitri Mir gefällt das nicht so Wenn dann die Ami Flag hochgeht Oh Kann sich morgen schon wieder ändern Ja aber heute Heute gefällt mir das nicht so Sag mal Bist du ja bekloppt? Wieso ruckelt das hier plötzlich so? Nein! Nein! Mann! Ah! Ja! Ja, ja! So und wieder ab zur Bergspitze Jetzt kündigen wir uns einfach mal ein bisschen an So, wo ist denn der? Da ist er Wird das was? Hier ist Fahrzeug Mist Ich hätte darauf achten sollen, dass da die Bergspitze gar nicht mehr zu 100% uns gehört Das ist immer dieser Fokus So komm ich bei der Bergspitze sogar noch raus Jo! Komm ich! Ist er noch da? Hallo? Mann oh Mann oh Mann Das ist wieder ganz schöne Ganz schöne Ganz schön schlechte Schussfolge Aber Man kann ja nicht immer gut schießen Achtung! Das Einsatzziel wurde eingenommen und gesichert So die Frage ist Oh! Ist da unser Lieblingsmann noch? Und wenn ja Können wir ihn diesmal töten? Ja! Wir können Aber auch nur mit Glück So mal eben rübergesprintet hier Und warum ruckelt das so? Irgendwie ruckelt das gerade so komisch Oh! Schön liegen bleiben Jetzt nicht mehr bewegen Oh Mann Hier ruckelt es ja gerade ganz heftig Und jetzt ist auch noch Fraps abgeschmiert Schnell wieder anschmeißen hier Error Not enough free disk space Ich glaub es nicht Ich glaub es nicht Ähm Momentchen mal Ich muss mal Ich muss mal gerade Ähm Hier eben äh Meine Festplatte schnell mal Ne und so So jetzt könnten wir auch wieder einsteigen Ne doch nicht Wieso nicht? Verdammt wir können nicht wieder Verdammt ich kann euch berichten Ich bin gerade nochmal gestorben Äh Und wir haben gewonnen Kleinen Moment Es geht gleich weiter Moment Ich krieg das noch hin Ich krieg das noch hin So jetzt hier kriegt er nochmal die Bilanz mit Zack Super Bin noch Platz eins geworden Äh geblieben Noch geblieben bin ich Ja das tut mir leid Ne also wie gesagt Ich bin nur noch einmal gestorben Die äh Flag habe ich noch eingenommen Ähm ansonsten ist nichts mehr passiert Ne? Hoi oi 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 Hätte ich ja nicht gedacht Dass die Festplatte mal voll läuft Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen aufräumen Äh sodass mir das nicht nochmal passiert Mann o Mann o Mann Vielen Dank fürs Zuschauen Ich freu mich riesig Ich bin auf Platz eins So muss das sein Bis morgen und Tschüssi